Hallo und herzlich willkommen zu Kai kommentiert, dem Magazin, wo es eigentlich ab und zu öfters mal darum geht, aktuelle politische Geschichten oder was auch sonst immer irgendwo in der Weltgeschichte passiert ist, mal zu kommentieren und da mal ein Auge drauf zu werben. Und das heutige Thema ist eines, das ich in der deutschen YouTube-Szene bisher noch nicht so wirklich gesehen habe, aber durchaus eines der wichtigeren Themen. Und besonders dadurch, dass es jetzt in der vergangenen letzten Woche ziemlich viel Aufsehen erregt hat in den amerikanischen YouTube-Kanälen. Und mich hat es die Woche auch so ein bisschen betroffen. Denn letzte Woche hatte ich nämlich ein Video zum Thema Burkinis hochgeladen. Oder beziehungsweise, wie ich jetzt dazu gesagt hatte, im Prinzip ist es eine Art staatlich orientierte, unterstützte Variante des Sexismus. Und ich hatte gedacht, okay, das klingt nach einem ziemlich heftigen Thema. Ich wollte es halt auch ein bisschen satirisch und ironisch noch irgendwie aufziehen und mit einem speziellen Kommentar noch irgendwie versehen. So dass es sich weiter weg von dem normalen News-Thema entfernt. Aber was mich halt so ein bisschen gewundert hat, war, dass es nach einem Tag, als ich es hochgeladen hatte, plötzlich am nächsten Tag demonetarisiert war. Und ich konnte noch nicht mal mehr die Monetarisierung wieder aktivieren. Das war ja das Richtige. Normalerweise hat man nämlich die Möglichkeit, unter jedem Video, das auf YouTube hochgeladen wird, die Monetarisierung zu aktivieren. Und Monetarisierung heißt, man wird an der Ausstrahlung, beziehungsweise bei dem Anzeigen von Werbung auf der YouTube-Seite, sei es jetzt mit kleinen Bannern, Video-Einblendungen oder unten so einem kleinen Werbe-Blog, anteilig an den Werbeeinnahmen beteiligt. Es gibt sehr viele YouTube-Kanäle, die größtenteils wirklich darauf bauen, dass sie von diesen YouTube-Videos, die sie dann hochladen, ziemlich viele Werbeeinnahmen generieren und dadurch auch die Existenz ihres YouTube-Kanals davon abhängig machen. So, das ist bei mir definitiv nicht der Fall, weil man guckt euch einfach nur meinen Kanal an. Und so viele Abonnenten habe ich noch nicht so wirklich und dementsprechend, ich habe noch andere Einnahmequellen, zum Beispiel einen kompletten Job, den ich habe, Vollzeit. Ansonsten, das Problem an der Geschichte ist eigentlich, dass sowas total unerwartet nämlich kommt. Und mich hat es total überrascht, dass mein Video aus irgendwelchen Gründen auch immer geblacklistet wurde, ohne dass ich überhaupt darüber informiert wurde. Und da habe ich mich noch ein bisschen mal informiert, was eigentlich der Grund sein könnte, wieso, weshalb, warum. Normalerweise kriegt man einen Blacklist zum Beispiel oder einen Copyright-Strike, wenn man Sachen hochlädt, wo man keine Rechte dran hat. Und klar, wenn du jetzt irgendwo ein aktuelles Lied von irgendeinem Star holst und das jetzt irgendwo im Hintergrund laufen lässt, definitiv kann ich verstehen, dass das dann automatisch von dem YouTube-Algorithmus erkannt wird, hoffentlich, und dann als Copyright-Strike angezeigt wird. Kann ich durchaus noch verstehen, das ist definitiv legitim und so soll es ja auch sein. Nun, an der Geschichte ist es allerdings so, dass das Video nicht geflaggt wurde und es auch wirklich keinen Copyright-Strike gegeben hat. Also das hat mich total irritiert. Nämlich einfach die Monetarisierungsmöglichkeit an jedem einzelnen Video war bis auf dieses einzige Video gegeben, beziehungsweise bei diesem Video nicht gegeben. Und ich konnte es auch nicht mehr wieder reaktivieren. Und das war ja das Krasse. Ich hatte dann halt direkt mal angefragt gehabt, was es denn jetzt da sein könnte und habe dann auch natürlich ein bisschen nachgeforscht, was denn nun die Gründe sein könnte für diese Demonetarisierung. Und da gibt es auf der YouTube-Seite nämlich eine schöne Seite, die dazu sagt, dass es gewisse Richtlinien gibt, an die man sich halten sollte, wenn man YouTube-Videos hochlädt oder Videos bei YouTube hochlädt. Und zwar gibt es nämlich eine Richtlinie für werbefreundliche Inhalte, auf die man sich verlassen sollte, beziehungsweise die man einhalten sollte. Nämlich die YouTube-Werbung, die hochgeladen wird, beziehungsweise die verwendet wird bei jedem einzelnen Video, ist natürlich auch in Abhängigkeit mit den besonderen Wünschen der Werbepartner zu sehen. Und da kann ich es durchaus verstehen, dass die einen oder anderen dann sagen, ja, ich möchte aber nicht, dass mein Video jetzt da mit irgendwelchen Geschichten irgendwie assoziiert werden sollte und möchte sich dann gerne davon distanzieren. Kann ich durchaus noch verstehen. Was ich allerdings nicht so ganz verstehen kann, ist, dass diese Materialien doch schon etwas sehr schwammig ist. Und wenn man sich nämlich die Dinger genauer anguckt, müsste man dann eigentlich sofort an einige YouTube-Kanäle denken, die eigentlich so gar nicht existieren dürften. Und zwar steht dann auf Platz Nummer 1, oder das finde ich jetzt auf dem ersten Punkt, bei nicht werbefreundliche Inhalte. Sexuell anzügliche Inhalte, zum Beispiel Nacktheit und sexueller Humor. Also ich kenne ja schon den einen oder anderen YouTube-Star, beziehungsweise weibliche YouTube-Stars, die dann doch eher, wie soll ich sagen, sehr tief blicken lassen und dann auch sehr eindeutig, beziehungsweise zweideutigen Humor verwenden in ihren einzelnen Videos. Und, ähm, ja, keine Ahnung, wer, wer da jetzt irgendwie, äh, da jetzt irgendwie da gemeint sein könnte. Ähm, aber zumindest mal in den deutschen YouTuber-Bereich könnten wir natürlich aus dem einen oder anderen vorstellen. Dann gibt's Darstellungen von Gewalt. Äh, zum Beispiel schwere Verletzungen und Ereignisse, die im Zusammenhang mit gewalttätigem Extremismus stehen. Gut, das kann ich ja noch verstehen. Ich meine, äh, ich will es unbedingt sehen, wenn jetzt irgendwie jemand von einem Granatsplitter getroffen wird, dem irgendwie, äh, seine halben Gedärme irgendwie raushängen und, äh, genauso gut, ähm, wenn ich dann sehe, dass dann irgendjemand auf einem YouTube-Video dann plötzlich, äh, geköpft wird von irgendwelchen ISIS-Terroristen. Das will keiner sehen. Definitiv. Kann ich verstehen. Und da will auch keiner jetzt irgendwie eine Jever-Werbung dafür sehen. Genauso gut unangemessene Ausdrücke, zum Beispiel Belästigungen und obszöde bzw. vulgäre Äußerungen. So ein Scheißdreck. Ich weiß ja nicht, aber es gibt alle möglichen YouTube-Kanäle, die ab und zu mal ein Ficken, Arschloch, Scheiße oder sonst was sagen. Dementsprechend müsste man eigentlich auch diese ganzen Kanäle komplett mal sperren oder demonetarisieren. Ähm, positive Darstellung von Drogen und gesetzlich geregelten Substanzen, einschließlich Verkauf, Konsum und Missbrauch. Ja gut, äh, gegen Drogen, also ich bin selber, äh, definitiv gegen Drogen, ähm, und es, ja, es sollte definitiv nicht verherrlicht werden. Das kann ich, kann ich durchaus verstehen. Ansonsten, vor allen Dingen, ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, der eine oder andere alkoholische, äh, Werbespot da jetzt zum Beispiel Jever oder sonst was irgendwie kommt. Wieso sage ich jetzt eigentlich die ganze Zeit immer Jever? Ich weiß es ja nicht. Ähm, wahrscheinlich, weil ich es die ganze Zeit ab und zu mal gesehen habe. So, und dann das, das, das Wichtigste und das am weitesten, äh, gehende, äh, ja, werbefreundliche Material, äh, nicht werbefreundliche Material, ist das Thema umstrittene oder heikle Themen und Ereignisse. Zum Beispiel Krieg, politische Konflikte, Naturkatastrophen und tragische Vorfälle. Auch wenn keine expliziten Bilder gezeigt werden. Und das ist im Prinzip, äh, da kann man eigentlich alles drunter versetzen. Ich meine, selbst, äh, alle möglichen Kabarettisten und, äh, Stand-Up-Comedians, die ab und zu, ja mal, als Teil ihres Stand-Up-Programms diese Thematik aufgreifen. Äh, und damit definitiv Geld verdienen und das sehr viel für Geld verdienen. Und das auch von allen möglichen Leuten gesponsert wird. Und, ähm, an der Stelle denke ich mir, äh, irgendwo wird es ein bisschen zu viel des Guten. Vor allen Dingen, ich kann ja noch verstehen, wenn sie sagen, ja, es geht um das Thema Krieg. Das sollte nicht monetarisiert werden. Es geht nicht um das Thema politische Konflikte, Naturkatastrophen oder tragische Vorfälle. Aber, äh, ich meine, ich hatte ja letzte Woche halt über das Thema Burgini gesprochen. Und, ähm, wie gesagt, ich habe nur drüber gesprochen und auch nur so ein bisschen, äh, aus einem leicht ironisch-sarkastischen, äh, Gesichtspunkt aus. So wie ich das jetzt hier auch mache. An der Stelle denke ich mir, also, irgendwo hört es wahrscheinlich ein bisschen auf, äh, was, was das angeht. Nicht, also, da finde ich es eher so ein bisschen eine leichte Bevormundung gegenüber demjenigen, äh, dem, dem normalen Zuschauer gegenüber. Ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine oder andere vielleicht im einen, ähm, ein bisschen unkomfortabel sein könnte. Aber dann steht es einem durchaus auch, äh, die Möglichkeit dazu, halt, dem Video wegzuklicken. Und, weshalb ich das Thema jetzt halt nicht nur aus meinen Gründen betrachte, sondern auch aufgrund dessen, dass es halt in der letzten Woche besonders stark bei den amerikanischen YouTuber-Männer aufgefallen ist. Es gab da mehrere Videos, ähm, wo dann größere YouTuber, also, die wirklich, äh, jenseits der 100k sind, also, wirklich, äh, was weiß ich, mehrere hunderttausend Klicks haben und auch mehrere hunderttausend, äh, sogar eine Million, fast eine Million an Abonnenten haben. Die dann plötzlich, also, dadurch, dass sie halt täglich und wöchentlich irgendwie Videos hochladen, einfach gar nicht bemerkt haben, dass da irgendwie Dutzende von ihren Videos demonetarisiert worden sind. Und das stellenweise irgendwie nach ein paar Monaten, ähm, ähm, zurückliegend, wo sie eigentlich gar nicht drüber informiert worden sind, dass da irgendwas passiert ist. Und das sind wirklich YouTube-Kanäle, die, äh, wirklich darauf achten und, äh, die diese Monetarisierung wirklich benötigen. Und, äh, es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, über Patreon oder, äh, Kickstarter oder sonst was Geld zu generieren, ähm, aber es gibt auch einige YouTuber, die sich konsequent dagegen weigern. Und, äh, an der Stelle ist es halt auch ziemlich seltsam, auch den YouTubern gegenüber, wenn diese Demonetarisierung einfach ungefragt passiert und, äh, plötzlich mal ein kompletter Revenue-Stream mal auf, von heute auf morgen plötzlich mal wegbricht. Weil diese Videos sind dann zwar immer noch online, aber, äh, die werden dann immer noch tausend- und hunderttausendfach mal geklickt und die generieren einfach kein Geld mehr. Und die liegen dann im Prinzip irgendwo, äh, stumm und tot irgendwo in der Ecke rum. Klar, kann immer noch ein bisschen, äh, kommentieren und, äh, äh, immer noch zur Diskussion beitragen. Aber im Endeffekt ist dieser Video, dieses Video im Prinzip eine Art verlorener Content für die. Ist halt richtig schade. Und an der Stelle denke ich mir, ich mache jetzt mal ein bisschen Solidarität und ich denke mal, ähm, ich versuche jetzt mal sämtliche dieser Regeln zu brechen oder beziehungsweise so, so viele wie nur möglich, äh, wie ich jetzt das hier irgendwie machen könnte. Und zwar, fangen wir mal an, sexuell anzügliche Inhalte, ähm, deine Mutter schwitzt beim Kacken. Ne, das ist was da raus. Ähm, scheiße, mir fällt nichts ein. Äh, vielleicht ein bisschen mehr Brust, bisschen mehr Ausschnitt, okay, das sollte eigentlich für Nacktheit reichen. Ähm, Darstellung von Gewalt. So, ich habe jetzt hier diesen Hammer, den haue ich mir auf den Kopf. Okay, der war eigentlich auch nicht so. Ist halt nur ein bisschen aus Pappe, aber, okay, Gewaltdarstellung. Ähm, unangemessene Ausdritte. Ficken, Arschloch, Hurensohn, bla. Ähm, deine Mutter schwitzt beim Kacken. Ähm, positive Darstellung von Drogen und gesetzlich geregelten Substanzen. Ähm, äh, schwierig. Gesetzlich geregelte Substanzen. Heißt das auch? Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach mal hier ein bisschen Wodka rein und trinke das jetzt hier live auf YouTube. Und, ähm, okay, das reicht jetzt. Ich bin jetzt nicht so wirklich der super Trinker. Super Trinker und ich gebe das jetzt auf X und... Scheiß Idee. So, und das Thema umstritten oder eigene Themen und Ereignisse. Gott, ich denke mal, das haben wir in diesem Video ab... Ähm, boah, geht ja auch rein. Äh, abgearbeitet. Und, ähm, ansonsten denke ich mal... Ach, ist das ein Scheiß? Also, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ähm, like dieses Video, schreibt einen Kommentar drunter. Äh, 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 ich bin definitiv kein Wodka-Trinker. Ähm, gebt dem Kanal ein Abonnement. Wenn euch das Video, äh, doch mal gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, äh, äh, ansonsten, äh, guckt euch vielleicht noch eines meiner anderen Videos an. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und, äh, scheiße, ich, äh, ich glaub, der war schlecht. Bis dann, tschüss, euer Kai. Bis dann, tschüss, du bist. gì, du bist. Bis dann, tschüss, kein Wodka-Trinker, bei euch. Bis dann, tschüss. L properties und die Berge vor allemals Tag. Läuner, bis dann diesem Sommer auf B hailüther Hammarskler oder es 하면 kommt ein wenig zurück auf Punkte. Und, bis dann, was dannpeare Ernst, der Bolzin dieses Video betrif��요. Bis dann, als gesagt, bei euch schon ein Schicksal. Und dann, kinder, bis dann Corps. Vielen Dank.